Hallo Leute und herzlich willkommen! Hallo! Mit dem Niki! Hallo! Wir spielen heute Survival Games auf Hive! Ja, und bezüglich des Let's Playtogethers haben wir eigentlich schon entschieden, dass wir alle zwei Tage ein Video hochladen werden. Oho, ein kleiner Spoiler! Nein, auf jeden Fall werden wir höchstwahrscheinlich alle zwei Tage ein Video hochladen. Und da habe ich mir gedacht, dass ich dann vielleicht alle drei Tage irgendetwas noch von mir bringe und alle drei Tage macht dann noch der Florian irgendein Spiel, mir egal welches Spiel er spielt. Hauptsache irgendetwas, damit ich nicht sieben Tage in der Woche Videos bringen muss. Naja, obwohl, es macht mir Spaß, aber ich muss halt auch für die Schule lernen und bla und blieb und blub. Naja, egal, wir spielen Survival Games, oder? Ja, ja. Ba, hoffentlich kommen wir rein. Ja, ja. Aber ich bin ja auch wenn du das nicht hättest, nicht. Wir sind wir richtig das nicht. Einstellungen. Ja. Okay, wir müssen nur ein Restartingsserver da. Wie lang braucht du noch? Es leckt um einen Wurrund von uns. Das alles Normal. Okay, ja, das ist wirklich ein bisschen. Ja. Und dann solltest du nicht mehr mal. Okay, und dann solltest du jetzt erstmal ein paar Mal. Verw��ken, das heißt das alles normal. Ja, ja, okay. ich hab schon alles auf minimal das wundert mich ja so und sonst geht sonst funktioniert ja auch ist egal dieses spielbehindern es ist da wird aufgeben behindern nein aber wie sehr stört es dich in der lobby ziemlich naja dann gehen wir mal in ein spiel rein und dann können wir schauen ob oder ja das ist ein restarting server SG12 ja ähm SG2 ja 12 der 12er die doch da ah nee so wir müssen darauf kommen wenn nicht dann wäre das ein mega der ich weiß nicht ob du schon ich bin drauf ich auch ich weiß nicht ob du schon die neue Facebook Page und Ask Page gesehen haste ok das geht von Alexa ok das geht weil ich bin heute ein bisschen gesessen hatte langweilig bin rausgehauen worden hatte immer noch langweilig und dann habe ich mir überlegt warum nicht mal mein Kanal ein bisschen verändern und ja warum nicht eine Facebook Page machen und dann auch noch eine Ask Page passt doch da könnt ihr uns Sachen fragen was ihr bezüglich dieses Kanals erfahren wollt oder was nicht den Kanal betrifft wir haben uns da auf jeden Fall Fragen stellen wir werden sie höchstwahrscheinlich richtig beantworten so Musik im Background von dem weiß ich gerade nichts wie der heißt auf jeden Fall ist das finde ich ein cooler Musik ich bin 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 er ist in den Klinik und ich bin du bist der Kindeskarte aber wir haben auch ein paar ich bin ich auch in den ich bin ich bin ich bin ja also ich bin meistens immer sofort weg ich bin mal so zum Kisten von Bandeck warte kann man hier direkt schlagen hier ist es nicht wenn man direkt geschlagen und kommen wollen man kann direkt geschlagen werden ich kann man das Text zu tun um um ok also du holst die Kiste ich renne weil zu dir in deine Richtung und wo du dahinter stehst da rennen wir hin ok warte fack ich habe nur noch 5 golden weißen ok ja ich sehe dich ich habe Opti-Fallen drin ich bin genau ich glaube sogar Sticks vor Samstag in your face sucks hat jemand schrieben in your face sucks das war bestimmt lustiger so ich habe TNT und heißen Stiefel ja aber was kommt ihr bei Überraschung ich glaube ich habe nicht gewalt worden Jeter aus dem Bergbau ich bin in dem Auto portieren vor ich bin nur ein ich habe noch nie ausführlich halten auch schon bei mir runterkommen vollnehmen wurde ich geschlagen nein aber die verfolgt warum kann man verkaufen ist da an das war wenn er sich macht die Ausschau ich hab ich hab auf dich gewartet dann bin ich gekehlt worden der hat einfach mal fast komplette Eisenrüstung was fahrt bei dir Junge das war der ersten Kiste drin schon alles das ist schwer Schuhe es war die Eisenröpfung mit den Tüten du bist Volkströmen wie war die Musik aufgehört Planung und der Grund Buchbaden von den Wien die Klinik Buchbaden Buchbaden Allerwählen Schleckung 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 beim Börmchen und und auch nur Prozent Ernsthaft Du hast jetzt schon... Wie viele Rüstungspunkte hast du? Sechseinhalb, oder? Komm, jump runter, jump runter. Wie lustig bist. Warum? Komm, YOLO! Siehst du? Sie ist sowieso eine YOLO-Aufnahme. YOLO? Nein, eine YOLO-Aufnahme ist nichts, sonst dürfte ich nicht reden. Ich könnte auch meine goldenen Air Max anziehen. Goldspiel. Bring mir gleich viel. Nein, puh. Warte, stirb cool. Nächste Runde ist YOLO-Runde. Da hinten sind zwei... Attacke! Komm, greif sie an! Ah, verdammt! Nicht nur Angel. Könnte Fisch angeln. Könnte Fisch angeln. Könnte Fisch angeln. Wollt sie! Hey, kommt noch einer! Das wird ein... Gigantischer Kampf! Ein gigantischer Kampf! Ein gigantischer Kampf! Also wir können... Da Attacke von hinten! 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 Ja, ich muss... Du hast ja... dann wenn ich will dass ich musste ich habe die Bote aber daraufhin direkt den anderen geschlagen leichtes Spielchen kommt zeigt sich seit Frieden und Töten fragt nach Schwert er hat mich jetzt er hat ein Steinschwert Ich töte ihn einfach. Nein, mach mit dem Frieden. Na wohl, deine Entscheidung, mir egal. Mir egal, was du machst. Ey. Der lässt von mir weg. Wir fielen mal ein bisschen Rüstung hin. Hallo, du hieseliger, hieseliger. Nice team. Junge. Bist du voll der Assi. Aber er hat Rüstung gekriegt. Warum machst du dir nicht vor... Du bist ein Trottel, warum bustest du ihn? Ich halte ihn nur fest. Das bringt mir gar nichts. Na schon, aber du hast ihn ja einmal gebustet. Von unten, von unten, Attacke! Lutsch mich. Geh weg. Komm, geh tauchen. Mach ein Tauchgang. Oder... Geh aufs Land, auf Land, auf Land. Komm, Attacke, Attacke. Haha. Geh auf Land und springen gegen, hey. Komm, du lustiger. Verdammt. Komm schon, Blockhitten, Blockhitten, Blockhitten! Yeah! Sehr gut. Wie viele Punkte hast du bekommen? So viele. 118. Junge, das war ein Emerald. Ein Emerald? Ja. Hat er irgendeine gute Hose? Nein, passt schon. Achtung, da hinten kommt einer. Da hinten kommt ein Faggot. Ah, die hat mich gekillt. Jump davon. Ah, du hast den ganzen Crab eingesammelt. Nein, mach nicht Frieden, die hat mich gekillt. Hast du mit ihr Frieden gemacht? Komm. Ja, Junge, ich hatte nichts, weil ich auf dich gewartet hab. Ich dachte, wir ziehen zusammen los. Komm. Komm. Nein. Das. Verdammt, da. Du musst sie von hinten attackieren. Du musst sie von hinten attackieren. Du musst sie von hinten attackieren. Von hinten gegen eine Wand schleudern. Achtung, sie kommt von hinten. Sie kommt hart von hinten. Bitte nicht. I think she is writing something. Jetzt schlag sie, schlag sie, schlag sie. Jetzt, wo sie den Crab eins hat. Der Trottel. Der wirft ihr das Schwert hin. Ach. Aggressionen kriegst du einfach mal. Epileptischer Anfall. Epileptischer Anfall. Piss dich. Keiner mag dich. Ich block ihr. Sie attackiert dir. Sie attackiert dir. Sie attackiert dir. Komm. Komm. Tote. Tote. Ja. Tote Frau. Tote Frau. Tote Frau. Gute Frau. So macht Killer das. Ähm. Ich kann ein Eisenschwert machen. Hab ich Stöcke? Ich hab 4 Stöcke. Hast du vielleicht irgendein Feuerzeug? Hast du einen Flint? Hast du Flint? Nein. Schade. Weil sonst könntest du hier ein Feuerzeug machen und die ganzen Faggot-Sachen da verbrennen. Weil. Es ist Deathmatch. Du hast TNT. Du hast TNT. Du hast TNT. Komm. Attacke. Das ist mit dir los eigentlich nicht. Nicht alle auf mich. Attacke. Oh der hat ein Eisenschwert. Oh der hat ein Eisenschwert. Hast du nicht auch ein Eisenschwert? Ich mach nichts eins. Und wie? Okay. Ach. Ist das hier keine Corruption. Kein Corruption Table. Nein. Verdammt. Nein. Ich hab mich was wollen lassen. Kommst du unabsichtlich auf der Kuh? Komm. Geh hin. Geh hin. Einer stirbt gleich. Verdammt. Schauen. Nein. Jetzt. Du Skiller. Nein. Achtung. Ups. Scheiße. Der legt einfach immer alles hin. Du bist der Freundliche. Baked Potato Bogen. Schwer. Geh. 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 nur eingegangen 1 2 3 4 5 6 7 weiter auf 2 3 wie viele Primum sind hier 3 nein 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 ich bin draußen ich bin ein Buch anwerfen kommt rein und so ein Kopp und hat die Korn schon an und und hier hoch Kompon abzuhören Stundenplan und glaube ich hätte schon in der Wahl und zum dritten Korn schon ist es gut in den Augen er war dann schon der letzte Leben an das war das Korn und draußen ich drücke auch Dauer und ich drücke bei 10 not joinable knife z killer game schreibt jetzt einfach mal z killer game is a myth nur weil ich schon gekannt habe ich hatte halbes Leben und dann hat er mich angegriffen oh mein Gott oh mein Gott das ich kann nicht mal zum spektaklen der dort noch 30 Sekunden nicht ausgeflogen war es noch 20 jetzt es sind alle 20 von 24 mit not joinable ich werde es dann sowieso rausschneiden also wir können lang die Nutzung drin ja doch nicht oder Welcome to SG Hive ich bin ich bin ich nicht ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin okay dann gehe ich raus zu sie die ich habe ich sie da hat ein Blattdruck ab und und das Geld wird die Wendung ausgebildet ich wollte ich gerade beobachten mein Jawa hat herumgespackt das ist doch weil man beim 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 da bin ich wieder ich bin meine Runde Trouble in Mainville und auch mal er mit Schräg und Innozent Prozent die Schüler für wenn ich doch noch da ist gut da hat sich gut von Firma mann auf jeden Fall Schleckung wir haben drei steigern und umdrehen die Ohr vom Heif die Werbung richtig durchgeführt so und drei steuern und verkauft werden und von mir und da von mir in die Acht starten Gott die Staten hat ich bin dringend auch hoch das war sogar der erste mann und sein du weil ich hab dich nicht daran wollen ich habe nur dich rein schauen sehen aber mich nicht Nein! Ja, sehr gut! Als normaler kann man nicht machen, ähm, Slash Traitor, oder? Ich denk nicht. Hoppalo Traitor Ich bin drauf! Ich fall da und runter. So, ich warte, bis sie alle weg sind. Ich bin auf dem Block. Nein! Wo bist du? Unten. Nein! Ich seh nichts. Ich seh nichts. Wo ist Norbert? Norbert? Was macht der da? Trottel. Trottel-Bur, hörst. Norbert? Frage-Teigen, Frage-Teigen, Frage-Teigen. Nein! Frag-Teigen. Frag-Teigen. Friede? Ja. Ich bin über den Jump-Up-Burne im Prinzip konzentriert. Oho. Der lockere Erėse ist da ab, erneuert. A-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Die Diohre 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 die Diohre. gelaufen was ist mit Nord-Op und der Arsch Okina ich kann mir nichts sagen auch Kisten wo ist Nord-Op 8 ich sie stehen auf der Brücke und warte 8 ich verfolge dich ich verfolge dir ich brauch Kisten ich glaube es sind gar keine mehr auf dem Markt die sind immer Kisten darunter jump ich nicht ich bin InnoFace InnoFace ja ich hab Inno ich hab InnoCent ich hab InnoCent und InnoFace gleichzeitig lesen deswegen InnoFace ich bin in InnoFace in InnoFace er wird Leuten einen Stock schlagen ich hab zwei Schöcke Salut hallo zum Niveau die Tür E auch und fliegen ich habe nichts jungen Karte Zerstörte bis zu cool das kann ich fliehen warum wenn man schwer von Zorn und Bedeutung von Zornel ohne durchschwerten aber nicht leben abwarten genauer auf den Entenstattung mit Holzschwert Spakum mit Holzschwert okay ich folge dir I, I follow, I follow you, Deepsie Phillip, I follow you. Ich bin Deepsie Phillip. Deepsie. Junge. Elotrix. Heavenfile. Elmyox. Junge. Gib ihm. Was ist da los bei denen? Deepsie. Du bist tot. Ich bin de-lauglich. Ich bin de-lauglich. Ich bin de-lauglich. Und da wo es kommt. Ich hasse solche random killer. Hätte ich auch gemacht. Ich hasse sie einfach. Geh mal raus. Noch einmal. Mir egal. Können wir machen. Nummer 8 können wir gleich wieder. Mann. Es ist nur lustig Traitor irgendwie. Traitor mit... Dann Nummer 9. Ich finde es ist nur lustig Traitor mit irgendwas anderem. Oder nein, ich würde sagen, wir gehen in der nächsten Folge rein. Oh, das ist der Ding. Jo, okay. Passt, dann würde ich sagen, ciao.